Und da sind wir wieder zurück bei Pokémon Let's Go Evoli. Evoli, Pikachu und ich, hier, eure Uka, werden uns jetzt auf den Weg machen, diesen Trainer-Coachy herauszufordern. Für den habe ich nämlich letztes Mal trainiert. Und genau, ich möchte ein bisschen trainieren, bevor ich den Mondberg erobere. Bist du bereit? Los geht's! Aber sowas von bereit. Und hoffentlich schaffen wir den Mondberg dann direkt durch. Ich weiß nicht, ob ich, vielleicht, da drin gibt es ja so viele schöne Pokémon, ob ich da auch nochmal ein bisschen suchen möchte. Ich schaue es mir einfach an. Wenn ich ein gutes Pokémon finde unterwegs, werde ich es mitnehmen. Ansonsten groß suchen möchte ich nicht. Ich habe ja jetzt auch nicht groß nach Pummelup gesucht. Ich habe sowieso ein bisschen trainieren müssen. Und habe es dann gerade an der Stelle gemacht. Voilà, Zaltacker wird aber auch rein. Hoffentlich können wir die Münzen immer noch einsammeln. Okay, ja gut. Ich habe gerade für den Moment vergessen, dass das ja kein normaler Trainer ist, sondern dieser Trainer-Coach. Deswegen haut wahrscheinlich das Mautzi mit Zaltack auch so ordentlich rein. Nicht schlecht. Nidoran, weiter Doppelkick. Bin jetzt gerade am überlegen, ob wir noch einen Zahltack aushalten. Ja, einen halten wir noch aus. Und dann sollte das Mautzi nämlich auch Geschichte sein. Und mit ein bisschen Glück können wir dann die Münzen aufsammeln. Die das Mautzi hier überall verstreut hat. Jawohl. Und wir kriegen 62 Erfahrungspunkte. Der Rest auch. Also, das war natürlich kein Vergleich zu diesen 275 Erfahrungspunkten, die dieses riesige Retter an uns gebracht hat. Das war ein toller Kampf. Hier hast du ein kleines Dankeschön. TM57 Zahltag. Sehr gut. Das ist eine nützliche Attacke, bei der du mit Geld geworfen wirst, das du später aufheben kannst. Okay. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel Geld wir aufgehoben haben. Ob wir Geld aufgehoben haben. Aber wir heilen jetzt erstmal schnell noch unser Team, weil Nidoran ein bisschen was abbekommen hat vorhin. Und dann geht's weiter in den Mondberg. Ja, Pokémon wieder topfit. Dankeschön. Beehre uns bald wieder. Mal schauen. Vielleicht. Je nachdem. Oh, wie süß die Kitchens. Oh, da oben schläft ein Mautzi. Oh, gibt's hier wilde Mautzi? Gibt's jetzt den Mondberg, wilde Mautzi? Oh, das wäre ein Traum. Okay. Ab in den Mondberg. Ein wildes Kleinstein auf jeden Fall. Oh. Jessie und James. Jawohl. Ich habe vorhin gesehen, als ich die alten Videos geguckt habe, dass die in Vertania City schon rumstanden. Und ich habe sie halt verpasst, weil ich direkt zum Shop bin und das Paket abgeholt habe. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist es etwas weiter dort hinten. Hey, du da. Hast du uns etwa gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mautzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Das war das Mautzi, das da oben gepennt hat. Mautzi, da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir hier unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub bloß nicht, dass wir sie knirpsen wie dir überlassen werden. Ganz genau. Wenn jemand diese staubigen alten Steine in Zaster verwandelt, dann wir. Mwahahahahahaha. Genau. Team Rocket, Jesse und James, wie sie leiden mit dem... Ein riesen Kleinstein. Mein Kleinstein. Ein riesiges Kleinstein. Okay. Ziel auf die Mitte des sich bewegenen Rings, um einen möglichst guten Wurf zu landen. Je kleiner der Ring ist, denn du seine Mitte triffst, desto besser wird dein Wurf bewertet. Und jetzt kriegen wir dieses Tutorial. Jetzt? Also, ehrlich, jetzt? Okay. Das wäre vielleicht angebracht gewesen, keine Ahnung. Eine Weile. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich auf die Mitte zielen soll, weil so präzise ist die Motion Capture oder Motion Control Steuerung hier jetzt nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Komm schon, Kleinstein. Einfach fangen lassen. Jawohl. Vielen Dank. Sie ist aber gar nicht so schwer. Klasse, der Kleinstein wurde gefangen. Eine ganze Menge riesige Pokémon, bitte. Äh, riesige Erfahrungspunkte. Für beide riesigen Pokémon. Mhm. Und wir haben Kleinstein. Es hält sich gerne in der Nähe von Gebirgspfaden auf. Tritt man versehentlich auf eins, wird es sehr wütend. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Jawohl. Ab in meine Pokémon-Box. Und dann gucken wir mal. Ein Pokéball. Oh, du bist kein Pokéball. Du bist Pikachu. Pikachu. Oh, ein Wassertropfen ist auf Pikachu getropft. Und wir haben Trank gefunden. Oh, Paras? Cool. Paras wird gefangen. Aber sowas von. Aber sowas von. Ich muss mir echt angewöhnen, gerade zu werfen und nicht krumm. Und natürlich dann, wenn das Pokémon nicht gerade am Springen ist. Aber das ist alles eine Übungssache. Und wie gesagt, so präzise ist die Steuerung eigentlich nicht. Das heißt, es ist relativ schwer, bewusst irgendwas Gutes zu werfen. Also wenn ich jetzt hier fabelhaft oder sehr gut oder sowas stehen habe, das mache ich nicht absichtlich. Das ist halt einfach Zufall. Das müsst ihr mir jetzt mal glauben. Doppelteam für Pikachu. Kann schon geil sein. Nehmen wir mal mit. Kann eventuell wirklich, wirklich was bringen. Wenn man gegen einen übermächtigen Gegner kämpft, der ihn einfach nicht trifft oder so. Ja, gut. Ich schaue es mir mal an. Ich nehme es mal mit. Bis ich irgendwas für den Slot habe, was ich besser brauchen kann. Und wir haben Paras. Oh, ich habe den Paras-Eintrag weggedrückt. Nein. Den müssen wir noch lesen. Den müssen wir sofort noch lesen, den Paras-Eintrag. Und ich glaube, Smetbo und Bibo habe ich auch nicht vorgelesen. Das werde ich an der Stelle gerade noch schnell nachholen. Einmal. Upsale. Steuerung. Smetbo. Daten. Da die hochgiftige Staubschicht auf seinen Flügeln wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen umherfliegen. Okay, hochgiftig. Danke, Smetbo. Super. Und Bibo. Es verfügt über insgesamt drei Giftstachel. Zwei an den Armen und einen am Hinterleib, mit denen es seine Gegner wiederholt angreift. Okay. Das ist ein bisschen gruselig jetzt gerade. Und da ist Paras. Es greift sich in den Boden, um Baumwurzeln, Nährstoffe zu entziehen. Den Großteil davon absorbieren jedoch die Pilze auf seinen Rücken. Oh. So süß ist Paras. Okay. Wir haben Paras gelesen. Ein Zubat. Das schnappe ich mir auch. Das ist ein Männchen, oder? Hat lange Schwanzdinger. Ich glaube, die Weibchen haben da kürzere. Diese ganzen Unterschiede zwischen... Äh, ja. Ich habe eigentlich ziemlich gerade geworfen. Motion Capture. Motion Control. Wieso sage ich mal Motion Capture? Ich habe eigentlich ziemlich gerade geworfen. Aber gut. Das hat das Spiel wohl nicht so gesehen. Diese ganzen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Pokémon finde ich eigentlich ziemlich cool. Wie sie das mit der Zeit eingebaut haben und auch immer erweitern. Ist nicht schlecht. Keine schlechte Idee. Klar, Nidoran männlich, Nidoran weiblich gab es schon früh. Oh, Flügelschlag. Flügelschlag ist gut. Nehme ich mit, ähm... Spiegeltrick? Ja, nee. Keine Ahnung, warum Taub sie so früh schon Spiegeltrick läden. Aber ich finde die Attacke irgendwie sinnlos. Hab ich immer sinnlos gefunden. Nee, nee, Spiegeltrick nehmen wir nicht mit. Mhm. Okay, dazu wird wohl ein Eintrag. Ja, klar. Okay, dann nehmen wir mal... Bist du ein Trainer? Ja. In der Höhle treiben sich echt komische Leute rum. Gehörst du dazu? Nein, ich bin kein komischer Lloyd. Ich bin ganz normal. Ich habe nur ein Evoli auf dem Kopf. Oh. Smetbo? Cool. Das ist, muss ich sagen, Respekt, dass du so zeitnah schon ein Smetbo hast. Level 7. Du kleiner Cheater. Smetbo entwickelt sich erst auf Level 10. Siehst du, was ich mit deinem... Mit deinem... Gegamesharkten Smetbo hier mache? Aua. Das kann ja Konfession, das habe ich ganz vergessen. Aber trotzdem. Was mein Nidoran hier mit deinem Gegamesharkten Smetbo macht, ist Moose draus. Ja? Moose draus aus deinem Smetbo. Genau. Oh. Drei Pokébälle. Immerhin. Und? Was liegt da rum? Fünf Superbälle. Ja, nehmen wir auch mit. Alles klar. Ich weiß nicht, ich fände es gut, wenn auf der Overmap noch irgendwie angezeigt würde, ob man ein Pokémon schon hat, das jetzt hier rumläuft. Oder zumindest, wenn man eins noch nicht hat, das einfach vielleicht ein kleiner Stern aufploppt oder so. Weil sonst muss man einen ziemlich guten Überblick haben. Aber es gibt ein Pokémon Go auch nicht. Ich sehe da hinten oben nämlich schon wieder Jesse rumstehen. Was willst du? Ich warte hier auf meine Freunde. Wir haben uns in der Höhle aus den Augen verloren. Dann ist immer gut, einfach stehen zu bleiben. Ich würde raus und sich draußen treffen. Man trifft sich dann nicht in so einer Höhle wieder. Göre Iris. Aber gut. Immerhin warst du intelligent genug, in eine Gesteinshöhle ein Knopfenser mitzunehmen. Dann bist du ja eigentlich auf der sicheren Seite, ne? Außer hier ein Zubat kommt an mit Flügelschlag oder so. Oder ein Nidoran männlich mit Schnabel. Die sind auch gefährlich, habe ich mir sagen lassen. Jawohl. Krankenhieb. Ich bin Gift-Pokémon, Süße. Da sehe ich schwarz für dich. Genau. Und damit haben wir dann auch das Knopfenser weggefrühstückt. Also die Schwierigkeit hat angezogen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war am Anfang sehr leicht. Jetzt ist es, ja. Immerhin ist nicht alles One-Hit, was ich jetzt hier treffe. Wirklich herausfordernd ist es zwar auch noch nicht. Aber ja, Jesse. Hm, du bist schneller, als du aussiehst. Äh, was? Ist das hier ein Wettrennen? Muss ich euch jetzt fangen oder so? Ich meine, ich erkunde hier in aller Ruhe die Höhle. Tütütütütütü. Ich glaube, der hatte ein Magnetilo, oder? Na gut, da hätte ich Doppelkick. Die Vido... Oha. Vielleicht die nicht so an mich ran. Äh, okay. Ich dachte, der will nicht kämpfen. Aber er will doch kämpfen. Tüftler Mirko. Ne, ein Slimer. Wieso habe ich denn die ganzen Pokémon falsch im Kopf? Das ist ja schlimm. Äh, gegen Slimer habe ich jetzt aber nicht so wirklich was. Äh, nee. Eher weniger. Ich kann mir bei Slimer und bei Smogmog oder bei Slimer und Smogon eigentlich nie merken, welcher davon jetzt der ist, der, ähm, hohe Spezialverteidigung und hohe Verteidigung hat. Bei einem ist die Verteidigung hoch und beim anderen ist die Spezialverteidigung hoch. Und ich glaube, bei Slimer... Äh, Slimer ist es physische Pokémon. Also hoher physischer Angriff und hohe physische Verteidigung. Und bei Smogon ist es genau andersrum. Aber ich weiß es nie sicher. Leider. Es haut auf jeden Fall physisch ordentlich rein. Das sieht man jetzt gerade schon. Ich glaube, ich muss noch ein paar Pokémon fangen. Um hier ein bisschen zu trainieren. Weil dieses Slimer haut mir gerade ordentlich auf die Mütze. Das finde ich jetzt weniger gut. Oh, vielleicht... Oh, 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 oh. Puh. Okay, ähm. Ja, Ruckzuckieb. Nicht, dass es jetzt die ganze Zeit ein Speedtie war und Slimer doch schneller ist, hast du. Slimer jetzt zuerst zuhauen darf. Genau. So wollen wir das sehen. Levelt, meine Freunde, levelt. Ich glaube, ich muss wirklich noch ein paar Pokémon fangen. Weil sonst wird es hier bei manchen Pokémon dann doch ziemlich kritisch. Ziemlich schnell. Wenn ich da keinen Typenvorteil dagegen habe. Nehmen wir erstmal das... Nehmen wir mal auf jeden Fall hier das Kleinstall noch mit. Vielleicht finde ich ja noch ein riesiges Pokémon. Das hätte ich ja auch mitnehmen. Das war wieder ein großartiger Wurf und das bricht wahrscheinlich trotzdem aus, ne? Nein? Hey! Okay. Ja, das sind nicht so viele Erfahrungspunkte, wie ich gedacht hätte. Ähm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich trainiere... Ja. Ich trainiere ein bisschen... Wie ist jetzt der Trainer hier stehen? Ich trainiere ein bisschen meine Pokémon. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Ich werde es entweder rausschneiden oder einfach das Tempo, also die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mit dem Training fertig bin. Bis gleich! Und da sind wir wieder zurück. Ich habe nur ein bisschen trainiert, weil mir dann irgendwann aufgefallen ist... Erstens, es sind Zubats. Die sind verdammt schwer zu treffen. Zumindest verglichen mit zum Beispiel Kleinstein oder Paras. Und ich habe ja keine Möglichkeit, unendlich zu trainieren. Ich bin quasi ans Geld gekoppelt. Und wenn ich keine Pokébälle mehr habe, kann ich nicht mehr leveln. Deswegen habe ich beschlossen, einfach ein 2-3 Level mit dem Pokémon zu machen. Und jetzt den Trainer hier rauszufordern, bei dem wir stehen geblieben waren. Der Knirps Magnus. Ich war auch noch im Pokémon Center zwischendurch und habe nochmal geheilt. Mankey! Oh Mann, oh, ich will auch ein Mankey. Oh. Mankey. Da setzen wir doch Schnabel ein. Flugattacke, sehr effektiv. Genau. Ach, Mankey macht Energiefokus. Ja gut. Muss ich mir jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Der kommt nämlich nicht mehr dran. Das war es jetzt nämlich. Zack. Den Trainer hätte ich jetzt tatsächlich auch ohne Training und ohne Hallen besiegen können mit Nidoran. Das wäre jetzt kein Problem gewesen. Aber das weiß man vorher halt nie, ne? So, damit haben wir jetzt den hier. Da hinten liegt noch ein Item. Ein winziges Paras. Okay, meinetwegen. Das Item nehmen wir mit. Eine Dose Schutz. Ich möchte mal wissen, wie Schutz dann hier funktioniert. Werden die Pokémon dann wirklich von einem weggedrückt? Oder? Ähm. Wie ging es, glaube ich, nicht? Also es war nicht der richtige Weg. Deswegen nehmen wir den jetzt mal. Gibt es hier jetzt eigentlich Pipi? War das hier schon? Oder war das erst eins weiter? Hm. Bis hier spawnt noch gar nichts. Hier steht nur ein Rocket Rübel rum. Was willst du denn? Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und jagen jedem Angst ein. Ja, irgendwie nicht, ne? Aber der Hintergrund ist cool. Hey, der gefällt mir richtig gut. Jetzt nicht mehr, aber der Rocket-Hintergrund gerade war richtig cool. Das ist ein Erd mit einem Radfratz. Komm schon, das ist ein popliges Radfratz. Und das ist Level 9. Ja. Kein Wunder, dass Team Rocket hier ständig ausgelöscht wird. Die sind immer noch genauso schwach wie in Pokémon Gelb. Pokémon Blau, Pokémon Rot, Pokémon Gelb. Fangt euch doch einfach vernünftige Pokémon. Das ist nicht so schwer. Ihr müsst nicht auf Route 1 gehen und dort einfach Radfratz sammeln bis zum Geht. Nicht mehr, weil dann kriegt jeder neue Rübel einfach einen Radfratz in die Hand gedrückt. Ihr könntet, was weiß ich, so viele gute Pokémon. Fangt euch im Vataniawald ein paar Pikachus. Oder, keine Ahnung, fangt euch hier einen Kleinstell. Oh, das ist apropos. Die riesigen Pokémon werde ich immer gern mitnehmen, weil die einfach viel Erfahrungspunkte bringen. Deswegen... Steuerung! Was? Pokémon! Was? Ähm, weil es einfach schön viele Erfahrungspunkte bringt. Deswegen nehme ich die mit. Ansonsten werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel trainieren im Video. Das war jetzt nicht so gut. Bisschen zu spät geworfen. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Jawohl! Da haben wir es immerhin schon mal. Das Kleinstein. Ja, 59 raus. Warum hat denn dann das Rettern vorhin so viel gebracht? Also. Das ist nur L. Und vorhin stand irgendwo XL. Gibt es da auch nochmal verschiedene Unterteilungen? Huch! Zubat! Oh, komm schon! Nee, komm, du bist nervig. Sie haben es halt wirklich wunderschön geschafft. Ja. Wunderschön geschafft, dass Zubat genauso nervig sind wie bisher. Äh, indem sie einfach unglaublich schwer zu fangen gemacht wurden. Zubat, hör auf mich zu verfolgen! Hilfe! Ich werde von einem Zubat gestalkt! Oh, ein Sonderbonbon. Das nehme ich doch gleich mit. Jetzt kommt ihr beide hier hoch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich werde von Pokémon gejagt! Hilfe! Zum ersten Mal macht Professor Eichs Warnung Sinn, dass man nicht ohne eigenes Pokémon ins hohe Gras gehen soll. So, warum gibt es hier immer noch keine Pipi? Immer noch nicht. Die Zubat-Tor, geh weg. Geh weg, Zubat, geh weg. Ich will hier keiner. Wow, gleich zwei, die Zubat-Brüder greifen an. Okay, hier haben wir nichts. Und noch eine Göre, die hauen wir noch schnell um. Das ist Erfahrung, die wir mitnehmen. Das ist Geld, das wir mitnehmen. Haben oder nicht haben, ne? So, Göre Miriam. Setzt Pipi ein. Da würde ich sagen, kontern wir doch am besten mal mit Nidoran. Warum habe ich kein Pipi? Kann mir das jemand sagen? Was? Achso, ja, Moment. Ich bin immer noch bei Generation 1-Typen. Ich habe vergessen, dass es Fee ist und nicht mehr normal. Ha, 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 ha. Okay. Was ist denn gegen Fee-effektiv? Uff, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt leider. Also, klar. Stahl. Und so. Aber habe ich gerade nicht. Und dann kann ich mir nie merken, ob Feuer effektiv ist oder nicht. Und Gift, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist so bei den neuen Typen. Ich konnte mir lange Zeit auch nicht merken, wie es sich mit, ähm, mit, äh, Dark-Type, Unlicht, genau, wie es sich mit Unlicht und, ähm, Stahl zum Beispiel verhalten hat, als sie neu dazu kam in der zweiten Generation. Konnte ich mir auch ewig nicht merken. Weiß ich auch jetzt selten. Also ich weiß zum Beispiel, dass Feuer effektiv auf Stahl ist und sowas. Und Kampf effektiv auf beide. Also Kampf effektiv auf Stahl und auf Unlicht. Aber sonst sind es immer noch so ein paar Typensachen, die ich mir nie merken kann. Genauso weiß ich bei dieser ganzen Gift, Unlicht, Geist, Psycho-Sache nie was jetzt auf was Unlicht und was auf was überhaupt keine Wirkung hat. Äh, was auf was effektiv ist und auf was auf was überhaupt keine Wirkung hat. So rum. Und nein, rechte Hand möchte ich nicht lernen. Danke, Nidoran. Genau. Oh. Nee, Top-Centwickelt sich auf Level 18. Okay. Vorausgesetzt, ja, ich glaube Level 18. Ja. Aber ich glaube, Nidoran müsste sich jetzt demnächst entwickeln. Nidoran männlich. Aha. James, kann man dir helfen? Grah, hör auf uns zu folgen! Was? Okay. Aber ich muss halt durch die Höhle. Ich will nach Azurias City und dort meinen zweiten Orden verdienen und Meister-Pokémon-Trainer werden und die Top 4 besiegen. Und da muss ich jetzt hier durch? Wow. Pipi! Pipi! Hallo. 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 Du bist meins. Kein ist Adler, Fie. Hör auf zu hüpfen. Und lass dich fangen. Hey. Ich hab gesagt, du sollst dich fangen lassen. Und nicht hier so ein Theater machen. Ich werfe einfach immer einen Tick zu spät. Da ist der Kreis schon wieder groß. Also ich werfe, wenn der Kreis klein ist, aber ich vergesse natürlich, dass der Pokéball-Teil zum Fliegen braucht. Nicht ganz, aber ein bisschen früher noch und dann hab ich's. Ich hab jetzt auch nicht mehr, ja? Nur noch 39 Pokébälle. Ja. Immerhin ist er nicht mehr ganz so groß gewesen. Immerhin war's jetzt gut. Das müsste jetzt aber klappen, oder? Jawoll! Mein Pipi! Jetzt brauch ich nur noch irgendwo meinen Pummeluk und meinen Mankey. Dann hab ich alle Pokémon, die ich haben wollte. Kiel ist in der Vergangenheit. Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt. Aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. Und jetzt gibt's eins weniger in der Wildnis. Haha. So. Was? Ein riesiges Pipi. Gibt nicht viele. Plopp. Riesen-Pipi spawnt direkt neben mir. Läuft bei dir, Riesen-Pipi. Haha. So muss das. Einfach farble ab. Bleib drin. Bleib im Ball. Dankeschön. Find's immer gut. Pokédex. Ja, äh, es gibt noch ganz wenige. Es sind fast ausgestorben. Plopp. Okay, das war jetzt wieder viel Erfahrung. Das find ich gut. Kapador erreicht Level 10. Yes, Kapador, die Killermaschine. Das ist mein teuerstes Pokémon. Das ist das einzige Pokémon, das wirklich Geld gekostet hat, ne? So. Was haben wir hier nur noch? Kleinsteins und Zubats. Pikachu! Betastet die Oberfläche. Pikachu was? Okay. Lasst ihr mich bitte an die Leiter, ihr lieben Pokémon. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt habe ich hier drin alles, was ich an Pokémon, was es an Pokémon gibt, oder? Oder gab es hier drin noch Onyx? Ne, ich glaube nicht. Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Eigentlich bin ich hier, um Pokémon zu fangen und um nach Azurias City zu kommen. Aber zwangsweise erkunde ich halt die Höhle mit, ja. So, Knirpsluan. Mit Sandern. Sehr cooles Pokémon, hätte ich auch gern. Weiß ich aber gar nicht, ob es das hier gibt. Es gibt ja wieder einige, ähm, editionsspezifische Pokémon. Ob Sandern? Es war doch eigentlich immer eins davon. Zumindest früher gab es, glaube ich, auf Rot Sandern und auf Blau Rettan oder irgendwie so. Oder andersrum. Und auch bei den, ähm, bei den neueren Spielen, die Alola-Formen, da gibt es Sandern und Wullpicks, glaube ich, die jeweils exklusiv sind. Ich weiß es nicht genau, ich habe meistens beide Editionen. Und ja, äh, ich bin so eine Bonze. Nee, ich habe beide Editionen, weil ich einfach eine nutze, um das Spiel durchzuspielen. Und das Postgame zu, ne, Pokémon, Pokédex voll machen, Pokémon züchten, sowas. Und das andere ist einfach für zukünftige Playthroughs oder für Challenges reserviert. Mimimi. Hast verloren, du armes Kind. So, Wanderer. Hier bin ich. Was, ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschreckt. Ja, natürlich, ich schleiche hier nachts durch dunkle Höhlen und erschreckt fremde Männer. Das ist mein Lieblingshobby, Wanderer Rufus. Dann zeig mal, was du hast. Kleinstein. Wahrscheinlich hier in der Höhle gefangen und nicht trainiert, oder? Naja, Level 10 immerhin. Zumindest ein bisschen eine Herausforderung für mein kleines Nidoran hier. Das müsste in zwei Runden einfach K.O. sein. Genau, erste Runde. Oh, Sandwirbel, toll. Nidoran, bitte triff jetzt, ja? Du musst es einfach nur treffen, dann ist der ganze Spuk vorbei. Dann kann ich dich auswechseln. Sehr gut. Dann kann ich dich jetzt auswechseln, je nachdem, was kommt. Und dann haben wir keine Probleme mehr. Noch einen kleinen Stein. Na gut, das kann eigentlich auch so gut wie jeder meines Teams machen. Ich kann, glaube ich, jeder Doppelkick. Nidoran weiblich, kannst du auch Doppelkick? Ja, tatsache, dann darf das Weibchen jetzt das Männchen ablösen. So, bitteschön. Nächstes Nidoran für dich. Nächstes Kleinstein gegen nächstes Nidoran. Bin nochmal gespannt, ob es auch ein 2-Hit-K.O. gibt. Ja, locker. Ajo. Und immerhin kein Sandwirbel, sondern Steinwurf. Das ist auch okay. Hauen wir hier nochmal drauf. Oh, sogar ein Vollstreffer. Hey, Nidoran, du willst es wissen, ne? Okay. Nidoran will es hier wissen. Und erreicht Level 16. Also Nidoran männlich. Hast du dich gleich zweimal überrumpelt? Ja, haha. So bin ich. Ich überrumpe die Leute. Oh, Nidoran männlich entwickelt sich. Sehr cool. Wir haben gleich ein Nidorino. Glückwunsch, der Nidoran männlich wurde zu einem Nidorino. Einfach ein sehr cool aussehendes Pokémon. Das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. Jawohl. Hatten wir nicht hier auch irgendwo einen Mondstein? Lag hier nicht irgendwo einer rum eigentlich? Ist das nicht ein Mondstein hier? Eine Perle. Okay. Oder gibt es die Entwicklungssteine hier in dem Spiel gar nicht? Halt! Beutelkontrolle. Hast du ausreichend Pokébälle bei dir? Hm, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Ja, cool. Sie haben quasi... Du kannst dich nicht softlocken hier in dem Spiel. Ich vermute, wenn du keine Pokébälle hast, dann kannst du hingehen und der schenkt dir 10 oder so, dass du nochmal neu trainieren kannst. Und dass du im Spiel weiterkommen kannst. Cool. Gute Idee. Hallo, Mauzi. Miautsch. Das haben wir eigentlich jeden von Team Rocket hier schon mal gehabt. Aufgespürt. Yippie-gitchu. Rennt vor mir her. Ich finde das so süß gemacht, dass die einem nicht nur stupide in einer Schnur quasi nachlaufen, sondern halt jetzt auch ein bisschen... Ja, ne? Es läuft ein bisschen voraus und da ein bisschen hin und dort ein bisschen hin. Und ich gebe mir den Pokéball, bevor ich ins Zubat renne. Pikachu, mach mal hier Donnerschock. Grill mal das Zubat, das uns gestalkt. Wow, nächstes. Die sind echt überall. Wie komme ich... Oh. Ja, genau. Oh, die sind überall, die Viecher. Die spawnen und sind so hektisch und flatterig. Und nee. Geh weg. Ja, ich will keinen Zubat fangen. Es gibt keinen Grund, warum ich jetzt einen Zubat fangen sollte. Wow, Riesenpixi. Äh, Riesenpixi. Riesenpixi ist meins. Blödes Mistvieh. Wow, das war mal ein guter Wurf. In die Mitte und so klein wie möglich. Wenn das nicht drin bleibt, wollte ich doch sagen. Klasse, Riesenpixi wurde gefangen. 173 Erfahrungspunkte. Mhm, nehme ich. Nidoran weiblich entwickelt sich jetzt auch bald. Und ich glaube, Taubsee auch in zwei Leveln. Nicht schlecht. Und erstmal haben wir hier noch einen Trainer. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Team Rocket mal wieder. Dumm, 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 dumm. Mhm. Traumato. Cool. Mal kurz überlegen. Da bleib ich auf jeden Fall nicht mit Nidorino drin. Ähm. Hm, 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 hm. Ach, macht Taubsee. Das macht Taubsee, das spiel ich in näher. Das könnte auch Evoli oder Pikachu jetzt machen, aber ich glaube, das macht Taubsee. Dann haben wir gleich ein Taubsee Level 17 und dann auf Level 18 entwickelt sich's. Oh, zum Glück. Hypnose kann so nervig werden. Flügelschlag, weil ich glaube, die, genau, die physische Verteidigung von Traumato ist relativ unterirdisch. Jawoll. Immer drauf da. Genau, Level 17. Und, oh, Ruheort. Jetzt schon. Das ist cool. Nehme ich. Nehme ich. Ruheort ist nie verkehrt. Ähm. Ich hau den Windstoß weg, ganz ehrlich. Es hat einen höheren Angriff als Spezialangriff. Ja, der Windstoß kommt raus. Und da findet man Ruheort. Kann man sich heilen. Ein bisschen Heilung kann echt gravierend schwere Kämpfe leichter machen. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier einen schweren Kampf irgendwann mal vor uns haben werden. Das ist so ein richtig, richtig schweren Kampf, an dem man sich total die Zähne ausbeißt. Aber es kann, wie gesagt, einen Kampf retten. Das ist genau wie Doppelteam. Es kann einen verloren geglaubten Kampf noch retten. Da, das war das Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Ja, und? Hey, zwei. Was macht ihr? Na los, mach schon. Dann macht ihr mal weiter. Ich gehe dann jetzt, ja? Also ich bin dann hier drüben und so. Und gehe heim, wenn ihr mich sucht. Ich bin jetzt schon fast raus aus der Höhle. Ich weiß nicht, ob ihr noch gegen mich kämpfen wollt. Riesenzubot. Riesenzubot muss ich mitnehmen. Ich nehme alle Riesen-Pokémon mit. Na, immerhin. Ich habe es getroffen. Ne, woher meine kleine Abneigung gegen Zubat kommt? Ich habe vorhin beim Training bin ich auch eines getroffen, das einfach nicht gefangen werden wollte. Das ist wie auf Droge von links nach rechts über den Bildschirm gefahren. So wie das hier gerade so ein bisschen. Immer wieder hin und her. Und es war einfach nur brutal nervig. Ja, und es hat sich einfach nicht fangen lassen. Genauso wie das hier jetzt gerade. Und man trifft auch einfach die Mitte nicht, weil diese Viecher nicht stillhalten. Ich habe gerade das Bedürfnis, statt dem Pokéball einfach einen Stein zu werfen. Dann musst du auch nicht im Stein drinbleiben, Zubat. Es reicht dann einfach, wenn du umfällst. Ja. Also die Dinger sind, ich sage es nervig. Richtig nervig, die Zubat. So. Aber zum Glück ist es geflohen. Und ich habe einen Beleber gefunden. Ich versuche einfach, die Riesen-Pokémon mitzunehmen. Wenn sie abhauen, hauen sie ab. Ne, du. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen. Also es tut mir jetzt ja leid, dir das zu sagen, aber ich glaube, ich bin älter als du. Ja, definitiv. Die würde ich noch nach dem Ausweis fragen, wenn sie Zigaretten kaufen würde oder Alkohol kaufen wollen würde. Ich bin älter. Glaub mal, Kleine. Ein Zubat. Das ist jetzt die Rache. Jetzt kann ich mich an dem Zubat von gerade eben rächen. Indem ich hier meinen Frust abbaue. Oh, Superschall. Wow. Ich wurde lange davon verschont, weil die wilden Zubat jetzt unglücklich angreifen. Aber es gibt die Attacke noch. Okay. Komm durch, bitte Nidorino. Dankeschön. Dankeschön. Nein, Nidorino ist schon bisher nicht schlecht gefahren, ne? Durch den, ähm, Ding durchgekommen. Vorhin hat es auch mal irgendwas recht Knappes gerissen, glaube ich. Weiß gar nicht mehr genau. Das sieht doch aus, als wäre ein Item versteckt. Nein? Okay. Ah. Der Fossilienmann. Halt! Stopp! Finger weg! Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Er zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Aber der hat jetzt einen Smogon. Ein Voltoball. Verdammt nochmal, irgendwas Rundes. Ich wusste nur irgendwas Rundes. Ist Voltoball jetzt teilweise Stahl, oder ist das ein reines Elektro-Pokémon? Ich glaube, es ist ein reines Elektro-Pokémon. Aber wir finden es gleich raus. Ja, reines Elektro-Pokémon. Und Donnershock. Das ist zum Glück nicht paralysiert. Und nochmal in der Horn-Attacke. Und dann müsste Voltoball eigentlich Geschichte sein. Genau. Ein Magnetilo. Das ist aber Teil Stahl. Da bleibe ich definitiv drin. Da gibt es nämlich gleich einen Doppelkick ins Gesicht. Oder aufs Auge. Oder auf den Pluspol. Auf den Minuspol. Auf die Schraube. Was auch immer du da alles so hast. Ne, Magnetilo? Oh, noch so eins. Also mal, Freundchen, du hast deine Pokémon aber auch mit dem einzigen Ziel ausgesucht, nervig zu sein, oder? Also es gibt wirklich nichts, was so sehr nervt wie Superschall. Hey, Nidorino. Ich glaube, ich muss eine Strichliste machen, wie oft Nidorino durch Superschall oder Paralyse oder sonst irgendwas durchkommt. Und mit Blick auf die Uhr ist die Episode jetzt auch ein bisschen länger geworden, als ich es eigentlich wollte. Aber ich wollte halt gern den Mondberg jetzt noch fertig machen. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Ähm. Na klar. Also, welcher Pokémon-Fan nimmt nicht das Helix-Fossil? Ne? Es ist der Lord Helix. Na gut, dann nehme ich das hier. Genau. Du hast dich entschieden. Ich habe mich entschieden. Okay. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Unverschämtheit. Ich bin Jessie. Und ich bin James. Zusammen sind wir Team Rocket. Und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Okay. Kampf gegen Jessie und James. Müsste ich jetzt eigentlich Pikachu nehmen, oder? Ist das jetzt ein Doppelkampf? Jessie von... Ja, ja, cool. Ist ein Doppelkampf. Nidorino und Taubsi. Ähm. Ich glaube aber fast, ich mache das wirklich episch. Weil, ne? Und so. Ey, kommt schon. Das muss sein. Das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt hier, ähm, mit meinem Starter, mit meinem coolen Evoli in Sportklamotte. Und natürlich Pikachu. Also, wenn jemand Jessie und James vermöbelt, dann Pikachu, oder? Genau. Jawohl. Da kannst du noch so sehr säurespucken rettern. Ah, okay. Besserverteidigung und so sinken. Aber egal. Das hau mal... Das war's mir jetzt wert. Warum prügelt ihr auf meinen Pikachu? Prügelt mal lieber auf Evoli. Die Pikachu ist noch so klein und zart und lieb und süß. Ähm, Kopfnuss. Rettern. Und... Donnershock auch rettern. Ich gucke erst mal, dass Rettern wegkommt mit der blöden Säure. Oh. Okay. Evoli Overkill mal wieder. Overkillvoli. Genau, alle kriegen Erfahrungspunkte. Und Smogon kriegt einen Donnershock. Und wird paralysiert. Wow, Pikachu. Nice one. Jetzt muss ich mir auch keine Sorgen mehr um Pikachu hier machen. Wir haben noch einen Smogon als Gegner und das ist paralysiert. Also ich bitte euch. Ne? So. Da gibt's die Kopfnuss. Und Pikachu darf den... ...Finishing Blow... ...mit Donnershock... ...verteilen. Ganz wie im Anime. Mhm. Alle Erfahrungspunkte. Und wir haben Team Rocket besiegt. Ich glaub das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Ja. Auf dem Baschern. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Schön, dass sie das eingebaut haben. Oh. Evoli will spielen. Moment. Ich muss mit Evoli... Wenn Evoli spielen will... Evoli schaut genervt aus der Wäsche. Chill mal, Evoli. Bringt mir das eigentlich was? Ich weiß gar nicht, ob es ein Zuneigungssystem gibt. Oder ob das einfach nur so ein kleines Gimmick ist. Dass man sagt, hallo, man kann evoli streichen. Ähm. Keine Ahnung. So. Da ist der Ausgang. Wenn es gar keine Entwicklungssteine hier gibt, dann kann ich ja... Also gut, ich weiß, mein Evoli kann ich eh nicht entwickeln. Aber Pikachu kann ich auch nicht entwickeln. Finde ich schade. Ich hole mir noch schnell das Item hier. Ein Paraheiler. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle wieder von euch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit zuschaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.